Mein Name ist Georg Pfeiler, ich arbeite an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde. Die Frauenheilkunde ist ein großartiges Fach, wo man Patientinnen von der Geburt bis ins hohe Alter begleiten kann, wo man gesunden Frauen präventive Möglichkeiten aufzeigen kann und sehr kranken Patientinnen therapeutisch gut weiterhelfen kann. Die Szenologie, das ist die Lehre von Brusterkrankungen, ist ein wesentlicher Teil. Einerseits, weil Brustkrebserkrankungen sehr, sehr häufig vorkommen. Andererseits, weil wir viele neue therapeutische Möglichkeiten haben, die ausgeschöpft werden können und sollten. Mich motivieren klinische Herausforderungen, Fragestellungen, klinische Fragestellungen an Patienten. Wie kann ich am besten dem Patienten helfen? Und das übersetzt man aber gleichzeitig in die Wissenschaft. Denn in der Wissenschaft versuche ich Ähnliches, nämlich die bestmögliche Antwort auf eine spezielle Fragestellung. Unsere Forschungsarbeiten werden weltweit gelesen. Es wird weltweit auf dem Gebiet Body Mass Index und Krebs publiziert und geforscht. Und das macht auch in Zukunft natürlich Sinn. Allein schon deshalb, weil wir wissen, dass unsere westliche Bevölkerung immer übergewichtiger wird. Zusätzlich steigt die Häufigkeit von Krebserkrankungen, vor allem natürlich auch Brustkrebs. Und diesen Zusammenhang und auch mögliche präventive Maßnahmen zu erkennen und zu erforschen, das sind Ziele für die Zukunft.